Das Handelshaus Wedel mit Sitz in Mils in Tirol betreibt in Österreich acht See- und Seemärkte. Das Unternehmen sieht sich als Komplettanbieter für Lebensmittelhandel, Gastronomie und Großverbraucher. Besonders stolz ist Wedel auf seine fünf Genusswelten Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse, Kaffee und Wein. Wir sind sehr stolz, dass wir der einzige österreichweit distribuierende Familienbetrieb sind in der Branche. Gerade das heutige Weinfest, das wir haben, ist ein ganz wichtiges Event, weil es eine Plattform ist für den Austausch, um mit den Kunden in Kontakt zu treten. Bei diesem Weinfest bei Wedel St. Johann präsentieren 20 Winzer ihre Produkte. Wir haben in jedem Bereich eigentlich fachkundige Personen, die eine gescheite Ausbildung haben und die, die diese Beratung auch sicherstellen. Im Weinbereich haben wir österreichweit 15 Sommeliers im Außendienst, Tendenz steigend. Wir fahren zu Kunden, begleiten sie bei Weinkautenerstellungen und Speiseempfehlungen dazu. Und ich glaube, da muss man auch Schwerpunkte setzen und das ist unsere Stärke. Also uns ist ganz wichtig, dass der Kunde auch sieht, mit wem wir arbeiten zusammen. Unsere ganzen Mitarbeiter sind heute da, die Kunden kennenlernen, die Winzer sind alle da. Die Mitarbeiter von unseren Kunden lernen den Winzer mal kennen, kriegen vielleicht ein bisschen ein Know-how, damit sie am Wein besser verkaufen können. Eigentlich wollen wir das machen, dass wir zeigen, wir gehören zusammen. Auch fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Und Stiegl stellt sein 43. Hausbier vor, das Christkindl. Das Weinangebot bei Wedel St. Johann ist sehr groß. Beratend stehen zwei Diplom-Sommeliers zur Verfügung. Also wir sind ja unglaublich stolz darauf, dass wir haben also zwei Wein-Sommeliers, Diplomierte Sommeliers im Haus. Der Kibler-Hans, der was das Fest eigentlich mit den Kollegen organisiert hat, immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Es ist egal, eben Markt oder bei den Kundschaften Weinschulungen durchführt, bei den Kundschaften das Personal, das Servicepersonal schult. Ein Großteil der Weine, die verkostet werden, sind bereits im Sortiment zu finden. Was wir aber die Kunden dann noch näher bringen können durch das, dass der Winzer alles erklärt, die Lagen vorstellt, die Weine vorstellt, selber präsentiert. Aber die Winzer haben auch die Möglichkeit, dass sie Paritäten mitnehmen, die weiß man dann, was die Kunden probieren und was wir dann eventuell ins Sortiment aufnehmen. Nirgendwo sonst hast du so eine persönliche Möglichkeit, dich mit diesen Winzern oder Anbietern auszutauschen, wie hier beim Wedel. Ich habe das vorhin nicht so erlebt, dass das einfach spontan und in so einer Frequenz gelebt wird. Das macht uns natürlich großen Spaß, wenn wir jetzt auch unsere Kunden kennenlernen, wenn wir die Möglichkeit haben, persönlich mit ihnen zu sprechen. Was gibt Schöneres als ein positives Feedback von unseren Partnern und Kunden? Vom Prinzip decken sie das gesamte Sortiment ab, das du brauchst. Und du hast einen Lieferanten für vom Prinzip A bis Z. Das finde ich toll und sie sind professionell, schnell und zuverlässig. Große Freude über den Erfolg des Festes herrscht nicht nur bei den Kunden. Mir gefällt mir, dass so viele Leute gekommen sind zu uns, zu dem Weinfest. Und ich kann mich nur bedanken, dass wir die ganzen Mitarbeiter vom Wedel mich so unterstützt haben, dass die ganzen Winzer da sind, dass unsere Industriepartner da sind. Und ja, schön, dass das so gelungen ist. Es ist ein Abend, der eines deutlich zum Ausdruck bringt. Die Professionalität des Handelshaus Wedel. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.